jo leute rio plaza berlin kleine room tour was haben wir denn hier zwei vernünftige betten ich kann mal den weitwinkel anmachen ist glaube ich besser sieht man mehr sehr cool was haben wir hier den schrank beleuchtet mit leds kleiner tresor selbstverständlich ersatzkissen ok ok großer spiegel den knopf habe ich allerdings noch nicht verstanden was passiert wenn ich da drauf drücke ich habe keine ahnung abschließen sind nicht vielleicht kennt einer von euch und kann es mir erklären weiß der geier ja wir sind hier in dem dritten obergeschoss das heißt die aussie ist nicht so bombe direkt auf so eine dachterrasse naja so zum wc haben wir hier eine schöne schiebetür übrigens die ganze dinge hier mit fußbodenheizung und klimaanlage feine sache dusche ja geht wohl und was cool ist direkt hinter dem spiegel ist quasi noch ein fenster der spiegel leuchtet hier auf der fußbodenheizung und separiertes wc dusche mit so kleinen mosaikfliesen schick gemacht so lässt sich leben ich würde sagen ich schmeiße jetzt erstmal aus bett hause rein